Das Möbeldesign der wilden 60er. Dänische Popart prallt auf deutschen Funktionalismus. Klare Linien und rechte Winkel treffen auf geschwungene Formen und futuristische Wohnlandschaften. Pragmatisches Industriedesign aus Deutschland und dänische Wohnutopien prägen das Jahrzehnt. Deutschlands Nummer eins im Industriedesign. Mit seinen Produktideen hat er Millionen von Haushalten mitgestaltet. Dieter Rahms. 1961 wird er Chefdesigner bei dem deutschen Elektrogerätehersteller Braun und führt die Marke mit seinem Designethos zum Welterfolg. Weniger, aber besser. Ich war von Anfang an eigentlich sehr dafür, die Dinge zurückzuführen auf das Wesentliche. Für die Firma Witzö entwirfte in den 60er Jahren auch Möbel. Das Ziel, unkomplizierte Wohnmöbel, die möglichst lange halten sollen. Exemplarisch dafür steht das Regalsystem 606, der erfolgreichste Möbelentwurf von Dieter Rahms. In der einfachsten Ausführung kostet es rund 1500 Euro. Längst ist es preisgekrönt und steht heute sogar im Museum of Modern Art in New York. Warum das Regalsystem 606 seit 51 Jahren ein Verkaufsschlager ist, weiß der Designtheoretiker und Professor für Produktdesign Volker Albus. Es ist sehr neutral, es ist höchst dezent. Also es hat im Grunde genommen keine formale Persönlichkeit. Es ist jetzt nicht gelb-rot oder dick oder irgendwie Holz gemasert, sondern es sind hauchdünne Blechpaneele, die eingehängt werden und mehr oder weniger, wenn sie bestückt werden, mehr oder weniger verschwinden. Auch das Sitzprogramm 620 von Dieter Rahms, ein Design-Klassiker. Heute steht es im Berliner Kanzleramt, im Museum und natürlich auch bei Dieter Rahms zu Hause. Eine ganz andere Vorstellung vom Wohnen hatte dieser dänische Designer. Werner Panton steht für unkonventionelle Design-Ideen und skandinavische Lässigkeit. Entgegen der klaren Formensprache seines Lehrmeisters, des berühmten Designers Arne Jakobsen, geht Werner Panton ganz neue Wege und experimentiert mit Farben, Formen und Materialien. Er war vielleicht der italienischste Skandinavier, der je im Möbeldesign aufgetreten war. Es war die Realisierung, die Transformation der Idee der Pop-Art in den Möbelbereich schlechthin. Also die Formen waren rund, waren laut, waren schreiend, knallbunt, vor allen Dingen rot, gelb etc. Also der hatte, es war ja wirklich kein Kind von Traurigkeit. Dieser S-förmige Kunststoffstuhl von Werner Panton wird in den 60er Jahren zu einer Sensation. 82 Zentimeter hoch, aus einem Stück geformt und in knallbunten Farben. Gedacht ist der Panton-Share nicht unbedingt als Gebrauchsstuhl, sondern als Raumskulptur. Heute ist er eine Ikone der Pop-Art. Der Panton ging es darum, etwas zu schaffen, ein Teil, ein Versatzstück für eine häusliche Inszenierung. Ihm ging es nicht darum, einen komfortablen Stuhl zu machen. Der Däne hat auch ganze Wohnwelten entworfen. Ein Werbefilm von 1970. Die Bananenschalen sind gut. Und bequem? Ja, bequem sind sie auch. Sie sind ja textilbezogen. Und was kommt jetzt? Ein Leseraum mit Wohntürmen. Mehr Platz auf wenig Raum und sagenhaft praktisch. Mit seiner Vision vom Wohnen geht Werner Panton an die Grenzen des Möbeldesigns und inspiriert bis heute junge Designer. Im Gegensatz zu dem deutschen Dieter Rahms folgt bei ihm die Form nicht der Funktion, sondern dem Vergnügen. Panton ging es darum, seinen Formen auch so etwas wie Emotionalität zu verleihen. Das war für Panton ganz wichtig und Rahms Emotionalität um Gottes Willen. Also mit Emotionen hatte Rahms oder das, was Rahms designte, absolut nichts zu tun. Das Möbeldesign der 60er. Zwei geniale Köpfe mit zwei ganz unterschiedlichen Philosophien vom Wohnen. Zwei geniale Vielen Dank.